Wenn du erleben willst, wie digital wir auf dem Dorf sind, dann komm ins Land zum Leben. Vor über 30 Jahren investierten wir das Begrüßungsgeld, das wir damals bekommen haben, das Begrüßungsgeld der gesamten Familie in den ersten Computer. Und seitdem sind wir hier auf dem Dorf selbstständig tätig in einem Softwareunternehmen. Zu Anfang natürlich das Start-up, das sich um nichts kümmert und einfach nur vorausgeht. Das war eine super Zeit. Hier auf dem Dorf ist es einfach so, dass das alles überlebt. Corona wird überlebt und Weltwirtschaftskrisen werden überlebt. Ich bin sehr froh hier zu sein und ich möchte nirgendwo anders hin. Mecklenburg ist für mich ein Land der kurzen Wege. Es gibt vielleicht nicht so viele Hochschulen und Universitäten, aber die, die hier sind, die sind super. Und mit denen arbeite ich gern und eng zusammen. Wir haben einen schnellen, direkten Kontakt. Mecklenburg-Vorpommern, das ist das Land vom Leben. Es ist auch mein Land zum Leben. Du hast es sie übernaves. Du hast es sie übernaves. Vielen Dank.